Ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt und zwar Let's Play HoboCat Adventures Das erste Spiel einer neuen Spieleschmiede und zwar von der Spieleschmiede HoboCat Games Die anscheinend, soweit ich weiß, laut Netz nur von einem Entwickler kommt Also das Spiel wurde von einer Person gemacht, laut meinem Information Was bleibt mir noch zu sagen am Anfang, bevor wir ins Spiel gehen Das Spiel hat ein Humor, das nicht für jeden geeignet ist, eventuell Wenn ihr Sachen unlustig findet oder generell so ein bisschen verklemmter seid Ist das Spiel nichts für euch Deswegen kommt das Let's Play auch ein bisschen später Am Tag bei mir raus Aber noch mehr zum Spiel Dieses Spiel hat einen sehr schrägen Humor Es ist eher sowas anzusiedeln im Genre wie Conker's Bad Fur Day So kann man es am besten beschreiben 3D-Plattformer Mit sehr viel Humor Und viele Dark Souls-Elemente tatsächlich Aber bevor wir jetzt lange reden, denke ich mal Gehen wir ins Spiel Und lass uns einfach das Spiel erklären Ja, genau So, wir kriegen hier die Controls, das spielt auf Englisch, aber keine Sorge, ich versuche das so gut wie möglich zu übersetzen für euch, obwohl ich nicht so gut bin in On The Fly übersetzen, aber ich versuche am Bestmöglichstes. Also hier sind noch die Kontrollereingaben, ich spiele das hier mit so einem Billig-Controller, was ich mal bei so einem Euro-Laden gekauft habe, sage ich mal, damit funktioniert es auch. So, wir spielen diese Katze, die anscheinend von zu Hause weggelaufen ist, ich habe keine Ahnung, wer das so genau ist, aber ich denke mal, das ist Hobocat. Wie gehen wir am besten weiter und erforschen mal ein bisschen, das spiele ich in 3D-Plattformen und hier haben wir ein Loch und daraus kommt ein Wurm, der ein bisschen, ja, Frank the Wurm, er heißt Frank, er hat sogar einen Namen. Okay, das ist das Tutorial, ich werde dir die Steuerung erklären, also überspringe nicht meine Dialoge, drücke unten zu springen, ich versuche das zu übersetzen und will Jump sagen, deswegen tut es mir manchmal ab und zu mal leid. Okay, versuche die oberste Platzung zu erreichen. Du kannst mit der linken Taste mit Zeug interagieren, wenn du willst. Wenn wir wollen, wollen wir und wir wollen natürlich und wir können Geld sammeln und Schalter betätigen. Und ich finde die Katze halt schon sehr merkwürdig, ne, ich finde die so lustig. Ein Auge zu zukniffen, eins richtig weit offen. Ich denke mal, nach Kena ist das ein sehr gutes Projekt, was man machen kann. Vielleicht gefällt es euch, ja. Reden wir erstmal mit Frank weiter. Hey, Frank, was geht ab? Oh, heilige Scheiße, du hast es geschafft. Jetzt versuch mal den Doppeljump, den Doppelsprung. Lass mich sehen, wie du den, ähm, den Pilz da erreichst, hinter ihm. Wir sehen uns am nächsten Wurmloch. Alles klar, Frank, wir versuchen unser Bestes. Ja, Doppelsprung. Ich weiß nicht, ob ich 100% machen möchte im Spiel. Es kommt ganz nach Vertrauensfahne, ob ihr es wollt. Wir können die Sachen nehmen und design das, ne. Yay. Man kann es auch schmeißen. Wir haben ein bisschen in der Steuerung, ein bisschen um mich herumprobiert. Ähm, ansonsten können wir noch schlagen. Und, das war's vorerst. Da kommen, da kommen noch eine Menge dazu. So, ich will natürlich so viel Geld wie möglich mitnehmen. So, da ist das nächste, der nächste Wurmloch. Reden wir mit Frank. Hey, Frank. Du bist nicht so dumm, wie ich dachte. Ähm, siehst du diesen, diesen Buchstaben dort, diesen Buchstaben-Dings hinter mir? Wir nennen es, äh, es wird Collectible genannt. Also Sammler-Stück. Wie man in 3D-Plattform auch halt kennt, ne. Sammeln ist ein, es muss irgendwas... Es muss, es muss wert sein. Wir sammeln es ein. Ich versuche mal, alle möglichen zu sammeln. Und das war ein H. Im Menü kann man schon sehen, man muss vier Buchstaben sammeln. Hobo. Das erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong Country, wo man DK, äh, Donkey Kong oder Kong sammeln muss. Die Kong-Buchstaben halt. Das ist auch vier Buchstaben. Ähm. Aus Donkey Kong Country, zum Beispiel. Das erinnert mich daran. Aber ich finde den Look halt wirklich super. Ich weiß nicht. Ich mag das Kleene. Und dieser Schattenwurf, der ist zwar rauf gemalt, aber der gefällt mir sehr. So, da ist das nächste Wurmloch. Frank wird uns bestimmt erklären, was wir hier zu tun haben. Katzen mögen kein Wasser, hä? Vielleicht kannst du die, äh, die Rohre, äh, die Rohre, die Rohre da mit irgendwas verstopfen. Ich nehme das Zeug, was hier herumliegt. So, und dann versuchen wir mal unser Bestes, ähm, ein bisschen da zustopfen. Also, sehr. Oh Mann, ey. Ich mag das. Reicht das? Es reicht. Sehr gut. Er haut auch schon ab. Und. Dann können wir hier weiter. So einfach geht das, ne? Wenn man die Rohre zustopft, dann sinkt er, dann sinkt das Wasser bis auf den Grund runter. Einfach so plötzlich. Warum auch nicht? Ich bin halt sehr gespannt, wie das jetzt ankommt. Und ihr werdet jetzt gleich verstehen, die erste Hommage. Ja, Souls-like. Wir reden mit Frank, der uns bestimmt hier zu was zu erzählen hat. Frank, siehst du dieses Bonfire hier, äh, da drüben? Bonfire, so nennt man das Lagerfeuer bei Dark Souls, wo man sich heilt und bei Demons holt und... Ihr wisst Bescheid. Da kannst du speichern. Und geh sicher, dass du die Flasche von Milch da mitnimmst. Du kannst sie benutzen, um dein Leben zu regenerieren. Wir können die Items so hinpacken und wenn wir die einsammeln wollen, müssen wir oben drücken und irgendeine Taste. Das wird uns bis zu mir aber noch erzählt, so weiter. Aber wir werden es nachher herausfinden. Oh, das war ganz schön knapp. Aber wir werden belohnt mit einer Kiste. Mit Geld! Und sehr viel Holz. So, da ist das O, das nehmen wir ganz gerne mit. Das O. Ich fiel das nur zwei Buchstaben. Aber wir haben auch noch eine Rolle, habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Wir haben auch so eine Rolle, die können wir auch erst führen. Und dann können wir hier rum. Was wir allerdings jetzt müssen, ist hier das hier. Wir müssen dieses Tor aufbekommen. Und wie wir es aufbekommen, weiß ich zum Glück schon. Also soweit habe ich gespielt, ja? Man muss erst mal die Steuerung reinfinden, ne? Das ist halt ganz normal. Ähm. Und zwar... Müssen wir hier rüber? Ähm. Dann da drüben. Genau. Oh Gott. Oh, was kaufen müssen wir? Okay. Hey. Da drüben sind neue Waffen in dieser Kiste. Aber nichts im Leben ist umsonst. Du musst da Geld zahlen, um sie zu öffnen. Schau dich ruhig um, du wirst sie brauchen. Mach ich schon. Öffnen wir diese Kiste und erhalten eine Fackel. Mit dieser Fackel können wir diese Kohledinger erzünden. Allerdings können wir nicht zuschlagen. Oh, das ist wohl hier. Lull. Wie das sogar, wie das... Wo ist das? Wo ist die hin? Ja, wir haben schon gesehen, hier waren es so irgendwo, waren hier schon Öfen. Aber ich habe es aus der Entfernung gesehen. Müssen wir jetzt alle anzünden. Ich muss nur mal genau gucken, wo. Da unten ist irgendwas. Da gehen wir schnell hin. Wo ist es hin? Ach, das war ich vom Fass, ne? Und das war das B. Sehr gut. Ich weiß auch nicht, wie ich das letzte Blächer aufziehen werde. Ob ich hier viele Schnitte reinsetzen werde. Ich muss mal schauen. Ich habe schon Lust, mal wieder so einen Schnitt-LP zu machen. Habe ich schon Lust drauf? Oh, da will ich dann wirklich gerne hoch. Hier haben wir nämlich einen Ofen. So. Und dann geht es weiter. Da drüben den Ofen haben wir. Und dann ist da noch was, ne Kiste. Moment. So. Das bringt viel Geld. So, ich glaube, der letzte Ofen, der war unten, ne? Ja, genau. Soweit ich gesehen habe, hat es auch keinen Fallschaden. Also. Alles gut. Man kann, glaube ich, so weit runterspringen, wie man möchte. So, das war. Das Tutorial. Also, da war nicht. Es geht relativ lang. Vielleicht werde ich auch die Hälfte davon rausschneiden, weil es da wirklich unnütz war. Aber wie immer haben wir gelernt, dass wir einiges können. Und nun geht es weiter. Jetzt geht es ins Gebiet, wo wir wirklich jetzt Hand anlegen können an das Spiel. Und wo das Spiel seinen Charme zum Glänzen bringt. So, wir haben da eine Vogelscheuche. Hallöchen. Hallo. Aber mein Name? Oh, es ist Alma B... Oh, Scary. Mein Name ist, äh... Scary. Er heißt Scary. Die Vogelscheuche heißt Angst. Hey. Du weißt, ich schreien Vögel und Scheiße. Ah, okay. Also, äh... Äh... Ich versuch's für die Leute. Ihr habt wahrscheinlich... Ihr könnt nicht alle Englisch. Ich weiß das. Ich weiß das. Allerdings... Um wirklich mitzulachen, empfehle ich euch, wirklich Englisch zu können. Aber ich übersetze trotzdem. Also, er sagt... Ähm... Ich weiß. Ich, äh... Erschrecke... Vögel und... Shit, halt. You know, äh... Could you maybe, ähm... Do me a favor here? Wir sollen ihm ein Gefallen tun. Machen wir doch mal. Ich, ähm... You know, I... I'm gonna say, you know, I haven't been, ähm... Beaten for a while and, äh... Er wurde... Er wurde lange nicht mehr... Nach lange nicht geschlagen? You know, it would be a pleasure, you know. Es wäre ihm ein sehr großes Vergnügen, wenn ich verstehe. Ähm, just, äh... You know, hit me. Thank you. Er mag es ein bisschen härter. Oh, yeah. Thank you. Come on. One more time. One more and you're amazing. Okay, er erklärt uns jetzt hier ein bisschen die Steuerung noch ein bisschen, das Kampfsystem. Wir wissen natürlich alles, wer in den Arsch dreht. Wir können, wenn wir gehen, an wie sie eine Rolle machen können, auch gegen ihn rollen. Die können wir nicht. Aber er steht drauf, geschlagen zu werden. Also, er ist mir sympathisch, würde ich mal sagen. Gut. Gucken wir uns erstmal weiter hier um. Es fängt gut an, ne? Die können wir auch rausziehen. Sammeln hier ein paar Münzen. Ähm, 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 ähm. Ach ja, was ich vielleicht nicht vergessen habe zu erwähnen. Das Spiel ist gerade jetzt zum Release. Ich weiß nicht, wie lange noch. 15% runtergesetzt auf Steam kostet... Hat er irgendwas mit 8 Euro, glaube ich, gegönnt? Nee, 7 Euro irgendwas kostet. Also... Dafür kann man es sich doch mal gönnen, oder? Dafür kann man sich sowas gönnen. Ich hab mir gedacht, hey... Benutze ich mal mein Steam-Konto auch mal. Gut. Dann gehen wir weiter. Hüpfen wir den Zaun drüber und dann sehen wir einen Hasen da drüben. Was hattest du denn mit dem auf sich? Hallöchen. Hat er eine Karotte immer, Arsch? Ah, nein! Bitte, please, nein! Oh, nein! Oh, nein! Hallöchen. What's up, Doug? Er heißt Batz und sagt What's up, Doug. Oh. Das ist eine Anspielung an Bugs Bunny. Also sein Name Bugs. Bugs Bunny. Und er sagt What's up, Doug. Allerdings... Sagt Batz Bunny auch What's up... Was geht, Doug? Allerdings meint er ein Doktor. Warum auch immer. Und hier meint er ein Hund. Ja, Hallöchen. Oh, du bist eine Katze. Oh, das ist alles. Okay. Ich habe einen Job für dich da. Du hast einen Job für uns. Was denn? So, meine Karotte sind alle hier. Diese Stimme, Alter. Ich sehe die Karotten, die du hier hast, überall, ja. Was? Da will ich mehr, woher ich herkomme. Es sind... Viel... Ich versuche, ernst zu bleiben, aber... Das sind ein paar mehr, woher sie... Wo sie herkommen. Ich muss sie rausziehen. Ihr soll sie rausziehen. Okay. Aber sie ist aus dem Boden. Natürlich aus dem Boden. Woran hättet ihr denn gedacht, ihr Schlingel? Okay, wir sollen die in seinen Traktor bringen. Und er wird eine Münze springen lassen. Was war ein Auftrag? Butt Carrots. Wir sollen fünf Karotten einsammeln und sie im Butt Traktor lagern. Dann tun wir dies. Können wir das so machen? Warte mal. Wie war das mal? Werfen? Ah, so. Ein, zwei, drei... Vier... Und... Die Nummer fünf. Das war der Job. Bitteschön, hast du uns noch was zu erzählen? Was? Oh, die Levertine Karotten sind, wie ich gesagt habe. Aber diese Karotten... Aber diese Karotten... Aber diese Karotten... Die sind ihm zu klein. Das ist... Oh Gott, Alter. Ja. Und er mag keine kleine, kleine Gemüse. Kein kleines Gemüse, okay. Er mag ganz großes. Gut, meine süße Frau hat die Lösung. Seine... Seine Frau hat... Oder seine... Seine Süße hat eine Lösung. Was denn? Wurde sie besser kein. Und sie erzählen, du bringst ihr eine Spezialsoße. Okay, wir sollen... Wir sollen... Wir sollen seine... Diese Synchro, Alter. Ich hab sie auf die Ohren. Das ist so schlimm. Finde sie. Und bring... Und bring ihm die Soße. Alles klar, dann tun wir das nochmal. Schauen wir uns hier um. Wir haben hier einen Traktor. Das sieht eigentlich ganz... Ganz nett aus. Und dafür, dass das Spiel halt von einem... Einer Person gemacht wurde, Finde ich halt echt nicht schlecht. Es gibt momentan auch sehr viele Spiele, Die nur von einer Person gemacht werden. Axiom Wirtsch mal als Beispiel. Ich weiß nicht, ob Axiom Wirtsch 2 auch vom... Das Indie-Spiel auch von mehreren Personen gemacht hat. Aber man muss... Die Projekte, die von einer Person gemacht wurden, Die sprießen momentan aber auch irgendwie hervor, ne? Zum Beispiel Undertale wurde von einer Person gemacht. Axiom Wirtsch wurde von einer Person gemacht. Und dieses Spiel hier wurde auch von einer Person gemacht. Wobei man das natürlich nicht vergleichen kann, ne? Wobei man die einzelnen Spiele natürlich nicht vergleichen kann. Allerdings ist das hier schon... Also Undertale hat mich überrascht damals. Und Axiom Wirtsch genauso. Und klar, dieses Spiel braucht noch ein bisschen Feinschliff. Allerdings muss man schon sagen... Das Spiel macht sehr viel richtig. So, das kann man nicht aktivieren. Was haben wir denn da drüben? Oh, Frank ist wieder da. Hey, Frank! Hinter ihm ist der Weg zum... Eichhörnchen-Königreich. Da werde ich viel dazu sagen, dass wir wirklich viel Geld machen, okay? Aber sie lassen niemanden durch. Wir müssen unseren Wert erst darbringen. Indem wir ihn in den Goldsack liefern. Okay. Den Goldsack müssen wir dann da rauf liefern. Alles klar. Wenn ich genug Cash beisammen habe, werde ich den Schalter umlegen. Meine Güte, was ein... Jetzt sollen wir natürlich... Okay, wir sollen zwei Sachen machen, uns besorgen. Wir sollen die Spezialsoße holen und wir sollen einen Haufen Cash legen. Und das ist halt wirklich sehr cool. Das ist ein sehr, sehr cooles Teil, um Wegzoll einzufordern. Kann man machen. So, hier oben waren wir schon, ne? Da drüben waren wir schon. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Und ich sehe schon, da läuft... Da sind sehr viele... Merkwürdige Sachen, die da abgehen. So. Deswegen speichern wir auch einmal. Sehr gut. Und da sind wir auch wieder. Hat ein bisschen länger dauert. Ich weiß auch nicht. So. Gehen wir hier weiter. Dann kleiden wir da rüber. So. Hm. Hier haben wir Wasser. Haben wir hier irgendwas zum Verstopfen? Ich sehe keine Nuss hier. Können wir das mitnehmen? Nee, ne? Nee. Nee. So. Da oben haben wir allerdings schon unseren ersten Gegner, wie es scheint. Versteht ihr jetzt, warum ich es so spät veröffentliche? Hallo? Geht rauf. Ach. Die kann ich auch mit. Können wir damit das Abfluss drauf verstopfen? Ist da irgendwas drinne? Ich kann es nicht sehen. Hallo? Ja, da ist so ein Aal drinne. So ein Zitteraal drinne. Okay. Dann könnt ihr auch die Gegner mit rumwerfen. Ja. Lässt ich definitiv sehen, ne? Und eine Laute. Wir mussten dafür, wie viel wir bezahlen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich denke mal, das erhöht sich. Das ist ein stärkerer Angriff, ne? Mit der Laute. Oh, ich habe mein wie viel Leben halt dann schon verloren. Ähm. Sehr gut. Ich denke mal, das wird nur von großem Nutzen sein. Jetzt kommt sogar Musik beim Schlagen. Nee. Ah. Kann ich mit dem Helm das Rohr verstopfen? So. Nee. Als wäre es, als würde es ja schon längst da automatisch reingehen. Also diese Blutlaken hier, Alter. Oh, da oben ist das Nächste. Habe ich das übersehen? Das ist ganz schön knapp hier. Hm. Ich komme bestimmt noch irgendwie rüber. Ich muss unbedingt auf mein Leben achten. Ich glaube, ich denke mal, ich sollte nur eine nehmen. Besser ist, weil dauert es nämlich noch eine. Diese Geschrei, Alter. Wenn man halt keine Ausdauer hat, dann bleibt dann... Ja. Und die weg. Wenn man keine Ausdauer haben hat, kann man auch nicht mehr schlagen, ne? Da muss ich drauf achten lernen. So, das ist noch eine. Da fliegt sie. So, ich... könnte das wahrscheinlich abkürzen nach unten, ne? Zum Feld. Ja, ja, genau. Oh. Das sollte ich mir mitnehmen. Oh, da ist auch noch was. Was haben wir hier? Mehr Geld. So. Ah, warte mal. Hier haben wir die Nuss. Da können wir vielleicht unten gleich verstopfen. Das ist das Rohr. Jetzt holen wir uns erstmal die Buchstaben hier. Das war... Oh, wir haben alles... Nicht runterspringen. Wir haben alles voll. Nein. Oh. So, einmal noch speichern, bevor ich zu der Frau da drüben gehe. So. Jetzt sind wir da. Moment. Nehmen wir ganz gerne mit. Denk mal, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Die hat hier Atommüll. Geht, das ist auch wieder da. Nicht ganz runterfallen, bitte, please. Nein. Hallo. Die Soße? Was rede ich denn da? Ich weiß es auch nicht. Ich sollte das Feld mit diesem chemischen Zeug besprühen, damit die Karottengröße wachsen. Lass mich nicht um diese Karotten kümmern. Organic Carots. New Job. Ihr kriegt dafür 10 Dollar. Wow. Wir sollen das Karottenfeld mit der Soße besprühen. Und wir steuern jetzt diese reizle damit. Dann besprühen wir mal das Zeug. Können wir hier runterspringen? Ja, ne? Oh, wir haben eine Anzeige. Ja, super. Nicht nachmachen, Kinder. Pestizide sind nicht gut vor eurem Möhrchen. Ne, wirklich nicht. Das schlackert aber ganz schön. Ist das so gewollt? So, damit ihr eine ordentliche Karotte bekommt, ne? Gut. Oh, die werden noch sehr groß. Oh, die Musik kommt jetzt lauter. Ich mag kein Gemüse. Wir sollen die große Karotte besiegen. Es sei, dass die Musik lauter wird leider sterben. Das weiß ich, aber wie ich es abgefahren laut. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Na gut, wir besiegen die Karotte. Wo ist die denn? Da. Äh. Können wir die Karotten reinschmeißen? Ups. Bam. Uah. Kommst du raus da. Kann ich dir die eigenen Kinder zum Frass verwerfen? Warte mal. Hey. Bitteschön. Guten Hunger. Uah. Uah. Also. Passt auf, wie ihr eure Tomaten hegt und pflegt. Äh, Tomaten sag ich schon. Karotten. Und esst kein radioaktives Gemüse. Sehr schön. Ah. GnF ganz schön. Stress. Ah, so langsam sollte ich mal wieder was zu mir nehmen. Hat er seine eigenen Kinder erledigt gerade? Sieht schon argwölkig aus. Tomatensaft. Ja, Tom. Bist du ja sagen, stelle ich Tomaten in meinen Karotten. Mögt ihr Karottensaft? Ich glaube, jetzt nicht mehr, ne? Wo ist sie? Da. Hallo? Bitteschön. Das ist alles Karottensaft, Leute. Das ist alles Karottensaft. Oh, äh, das ist älter Säckchen. Ja, nehmen wir das Säckchen doch gleich mit. Das ist unser Freifahrtschein in ein neues Reich. Aber erst noch reden wir mit unserem guten Freund Babs. Well, Katia, boah. Danke. Du hast eine sehr große Karotten. So eine sehr große Karotten. und mein Vater ist auch. Ja, gut. Ich wundere mich, warum ich da hinten nicht rein kann. Ähm, dann liefern wir mal das Säckchen da ab, ne? Wir wollen ja auch schließlich in das Königreich der Eichhörnchen. Ja, wir wollen den König treffen. Mal gucken. Reicht das? Ja, es reicht. Sehr gut. Kann ich den Sackle mitnehmen? Nee. Tschüss, Frank. Auf Wiedersehen. Und ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ich denke mal, das war schon ein bisschen für einige vielleicht schon zu viel des Projektes. Ich bedanke auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert dann, wenn ihr nichts verpasst und guckt gerne auf Steam vorbei beim Entwickler. Der freut sich, wenn das Spiel mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüss.